Jetzt geht's wieder los. Die Ferien waren schon toll. Schule ist eben Schule. Früh aufstehen, sagt mir ein Schüler. Es kostet schon Überwindung, nach dem Urlaub wieder in die Schule zurückzugehen, ins Studium, an den Arbeitsplatz. Auch ich, von meinem Bauchgefühl her, ich möchte noch lieber länger Urlaub machen. Doch ich weiß, der Alltag tut mir gut. Gerade auch mit den Problemen und mit den schwierigen Situationen. Denn da kann ich meine Fähigkeiten stärken und mich auch entfalten. Für mich setzt Jesus hier Maßstäbe. Er geht ganz bewusst hinein in problematische Umfelder. Einmal, als er an Jerusalem hinaufgehen will, sagt so ihm Petrus, geh nicht hinauf. Denn er wusste, dort wird es schwierig für ihn. Dort kann er sogar getötet werden. Doch Jesus sagt, weg mit dir, Satan. Denn du willst nicht das, was Gott will, sondern was die Menschen erwischen wollen. Ich glaube, dass Gott von mir will, dass ich auch in schwierige Situationen hineingehe. Denn er weiß, dass ich mit seiner Hilfe mich dabei entfalten kann und dabei auch Lösungen finden kann. Deshalb bitte ich Jesus, dass er mir Mut gibt, mich mit Vertrauen den schwierigen Situationen des Alltags zu stellen. Amen. 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 Amen.